So, hallo und herzlich willkommen, alle mann zurück wieder bei The Division. Wir haben aufgehört damit, dass wir in, wie heißt das Gebiet, Tenderloin oder sowas, die letzten Missionen fertig gemacht haben. Das heißt also, das Gebiet haben wir jetzt so für uns abgeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Und Tenderloin war hier, genau, da haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Mehr oder weniger, also ja, wir haben noch hier die Sachen einzusammeln, beziehungsweise nicht mal Waffenteile, Stoff, die haben wir nicht mal einzusammeln. Was haben wir hier? Elektroteile und Werkzeug. Okay, nö, dann haben wir hier zumindest offiziell erstmal nichts mehr zu tun. Als nächstes machen wir den Germant-Restrick fertig, genau, fertig. Tickt. Wir fertigen mal den Germant-Restrick hier an. Da haben wir auch noch ein paar kleine Missionen, allerdings auch nicht mehr so viele. Was haben wir denn da? Gesundheit, Kampf, Nebeneinsatz, Sicherheit, nochmal ein kleiner Nebeneinsatz, noch ein Kampfeinsatz. Und nochmal ein Gesundheitseinsatz. Okay, das ist ein bisschen viel jetzt für das eine Video. Ich glaube nicht, dass wir das heute alles fertig kriegen. Wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Aber irgendwas gut reißen werden wir schon. Da bin ich fest von überzeugt. Das heißt, Assamunition. Komm, halt, Stopp, komm her. So, genau. Jawohl, das war nötig, wie wir sehen. Jede Menge erste Hits und so ein Kram. Das haben wir mittlerweile zu schätzen gelernt. Das ganze Geschissels. Und jetzt sollen wir wieder raus von die Tür. Und ein bisschen rumballern. So. Weg da, meine Leiter. Das finde ich ein bisschen schade, dass man... Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht mal, warum die das nicht gemacht haben. Oder warum es das bei Konsole im Allgemeinen herzlich wenig gibt. Dass man hier in der Open World auch mal ein paar Leute sieht. Das beschränkt sich immer nur hier auf die Safe House. Ich weiß nicht, ob es dann darum geht, dass mir jemand den Gegner wegkillen könnte oder sowas. Aber mein Gott, das ist halt ein RPG. Wie gesagt, kein Plan, woran das liegt. Ich finde es auf jeden Fall schade. Das ist... Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht, wie es auf der PC-Version ist. Wenn da jemand... Wenn einer von euch mal die PC-Version zockt oder gezockt hat, dann kann er mir ja mal kurz mal Bescheid geben, wie das da ausschaut. Ich habe es nur in der Test-Version auf dem PC gezockt. Und das auch nur für eine ganz kurze Zeit. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie lange diese Test-Version ging. Auf jeden Fall nur ein Minimum, tatsächlich. Ich habe schon mal oftmals überlegt, ob ich mir das nicht auf dem PC kaufen soll. Aber dafür ist mir das einfach noch zu teuer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es per se ein geiles Spiel, aber nicht geil genug, um es zweimal zu bezahlen. Das ist ganz klar. Aber... Es ist auf der Playstation im Endeffekt das gleiche Spiel. Von daher... Who cares? Was zum Geier. Eine kleine Vorwand, das wäre mal ganz toll gewesen. Aber ich mache es jetzt gerade noch alle. Gezielten Schuss in die Flasche. So, zumindest mal den einen. Na ja, den auch. Der war zwar nicht gezielt, aber Schuss in die Flasche. Ähm, hallo? Rost aus dem Müll. So. Gut, jetzt hoffen wir, dass die da vorne nicht auf mich aufmerksam geworden sind. Komm, hierher kann sich einer von euch nicht her wegdrehen. Ah, perfekt. Hehehe. Du stirbst da. Du bleibst da. Wunderbar. Manchmal wollen sie ihren Scheiß um jeden Preis behalten. Die versuchen einen vielleicht sogar... Wo soll das sein, Leute? Ja, hab ich erlebt. In dem Fall musst du dir den Größten raussuchen und ihm in den Kopf schießen. JTF Zentrale an alle Officer. Satellitenbilder zeigen eine ungesinliche Hitzeentwicklung im Sarah Quarantäne-Bereich in der 36. West. Das Labor meint, es könnte ein mutiertes Virus sein. Ein Gefahrgut-Team muss den Bereich scannen. Scanner gestartet. Okay, jetzt haben wir nur eine gewisse Zeit, um die anderen Scanner zu finden. Das fängt schon mal sehr gut an hier. Geht's ja auch irgendwo weiter. Ach, die Tür. Oh, die Tür kann ich aufwahren. Okay. Das war blöd. So, haben wir hier einen weiteren Scanner? Ne, hier ist alles leer. Ah, da haben wir aber schon mal einen. Wie viele brauchen wir? Insgesamt drei Stück. Okay, dann fehlt jetzt noch einer. Ey, da ist der wohl hoch. Okay, noch vier Minuten Zeit, um einen Scanner zu finden. Das ist entweder sehr gut für uns, oder aber es ist sehr schlecht für uns. Auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Manchmal stehen die nämlich ganz fies einfach in irgendeiner Ecke drin. Hier nicht. Steht er da drüben irgendwo? Ne. Da drüben auch nicht. Ja, da unten ist so eine Lupe, aber ich weiß nicht so genau, ob die mir wirklich anzeigt, wo tatsächlich der Scanner steht. Ah, da steht er doch. Alter, jetzt habe ich mich von meinem eigenen Schatten an der Wand erschreckt. Gibt es ja nicht. Was? Viren Daten in die Cloud hochgeladen. Okay. Frage ist jetzt... Oh, okay. Das sieht schon mal gar nicht so falsch aus hier. Okay. Sieht so aus, als müsste ich da irgendwie hoch. Komme ich da denn irgendwie hoch? Da haben wir eine Leiter nochmal. Kommen wir da nochmal Rad hoch? Ich weiß, da kamen wir zwar Rad her, aber vielleicht habe ich da oben gerade irgendeinen Gang übersehen. Okay, da komme ich anscheinend nicht drauf. Ah, hier haben wir auch eine Tür. Ah. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus hier. Ja, ich bin jetzt gerade einfach drüber gehüpft. Das hätte beim Hinterher auch genauso gut. Weit, weit drüber. Oh, oh. Okay, gezielter Schuss. Das ist in die Flasche. So, du bist auch dran. Ich mag das. Zack, Headshot. Nice. Gut, da wollen wir mal die Viren in die Cloud hochladen. Und dann war es das doch schon, oder? Nee, noch nicht ganz. Doch. Ha, geil. Okay. Sehr schön. Kurz und sauber. Oh, nice. Ach, das ist aber, glaube ich, nicht gut, wie das aussieht. Okay. Aber nehmen wir auf jeden Fall mal alles mit. Schaden kann das ja auf keinen Fall. Und dann... Agent, einige Menschen werden von Cleaners bedroht. Sie müssen einschreiten. Ich werde in der Zwischenzeit kreative Visualisierung als Form der Fernunterstützung praktizieren. Okay, okay, okay. Dann schauen wir doch mal. Au. Uuh. G-Stapit. Komm her. Du kriegst noch etwas von mir. Und nein, wir bleiben am Sniper. So. So, du bist da. Hey, komm. Ich kann doch das Auto durchschießen. Oh, ja, das war's schon. Zack, Hedgehog. Was ist das? Nein, ich hoffe, das ist für die Linse. Mann, du hast das hier auf unserer Seite. Es ragt den Ablauf zurück. Hey, das war ein Kotzmann. Alter. Okay, dann halt auf die harte Tour. Wow, 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 wow. Okay, doch nicht die harte Tour. Uäh. Doch nicht auf die Map. Das war meine Deckung. Der hat mir mal in Deckung geklaut, der Wichser. Das gibt's ja nicht. Okay, acht Meter entfernt war der letzte Speicherpunkt. Das überleben wir. Ganz schön. Und voll im Gefecht. So, immer mit kleinen Feierstößen arbeiten. Gut, dass ihr von unserer Seite sind. Hey. Ah ja, sehr schön. Die Flasche getroffen. Schnauze. Das ist wieder für den Bereich gesichert. Das ist schon mal sehr gut. Halt, da ist was zum Looten. Das nehmen wir noch mit. Haben wir schließlich auch nichts zu verschenken hier, ne? So. Okay, wie komme ich da rein? Vermutlich durch die weit offen stehende Tür hier. Nein, anscheinend nicht. Aber hier haben wir irgendwas zum Einsammeln. Da haben wir was zum Einsammeln. Ja? Tust du das? Gut, jetzt liegt da was. Das ist schön. Ich nagel hier niemanden, mein Freund. Okay. Das war das Stacheldraht. Da kann ich gar nicht drüber hüpfen, oder? Ne. Okay, ich muss da irgendwie reinkommen. So viel steht fest. Ich gehe mal stark. Ach, da ist noch eine Tür. Da war ich ja gerade schon durch. Ah ja. Sehr schön. Da haben wir noch den Durchgang, den wir gesucht haben. Uh, und auch noch von oben. Ist das noch gar nicht so schlecht, dass wir das Scharfstützengewehr schon mal direkt in der Hand haben. Nice. Na komm, mach ich euch mal auf. Ich will ja mal nicht so sein. Und Tastenfeld benutzen. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Mist, wir bekommen Besuch. Oh, von hinten. Ihr Mistsäcke, ihr. So. Und das haben wir noch, hm? Ey, ich hab dich getroffen. Ach, das Loch. Oh, warte, oh, warte. Gehst mir aber bitte aus der Schusslinie, du Vollidiot. Meine Güte. Alter. So. Komm, die haben wir jetzt auch noch. Na komm. Zeig dich. Achtet auf die Flammenwerfer. Acht auf die Flammenwerfer. Danke, dass Sie hier sind. Pappnasen hier alles, ey. Meine Güte. Ach, wenn man nicht alles selber macht. So, haben wir das Türchen auch auf. Ah, ja. Zwei Leute, das ist der ganze Aufwand. Hedenai. Oh, cool, aber der will auch. Sehr schön. Kugelsichere Rucksack. Na, das ist natürlich wichtig. Ähm, was haben wir denn als nächstes in der Nähe? Komm, haben wir hier oben den Kampfeinsatz noch. Sollten wir ja eigentlich... Ah, schon mal ein gutes Stück geschafft haben. Was war da noch übrig gewesen? Ja, ganz unten noch. Ähm, für Gesundheitsgüter. Ah, vier Missionen haben wir da noch übrig. Heidenai. So, wie dann sind wir denn unterwegs? 13 Minuten erst. Ja, mal schauen, wie lange wir jetzt hier für den Einsatz brauchen. Und vielleicht denken wir noch einen hinten dran. Das war noch nicht alles. Oh. Verschwindet hier! Oh, sie sind da jetzt explodiert. Ich habe da gar keine Explosivgeschosse. Habt ihr welche? Gibt es das? Also ja, ich glaube, das gibt es. Aber ich glaube nicht, welche ich habe. Ich glaube, das hätte ich extra einstellen müssen, wenn dann. So. Naja, wie dem auch sei. Erstmal jetzt hier Richtung Tech-Einsatz. Also nein, es ist ein Kampfeinsatz, aber für Tech-Güter. Wir können dem nicht vertrauen. Hallo, Dudes. Boom. Wir brauchen Wasser, aber... Schlauze. Wir färben in der Achtung. Oh, du bist auch dauernd. Ab, da ist ja noch einer. Ja, komm. Ich zeig dich. Zeig dich. Ha. Und hab recht im Waffenhandel. Geschafft. Okay, wir tätig markieren und lass mich raten. Dann so lange verteidigen, bis das JTF da ist. Ah, ja. So. Ey, fuck. Uppala. Immer dieses tolle Nachladen im falschen Moment ist immer der Hammer. So, knappe Minute müssen wir noch durchhalten. Kommt schon. Das packen wir. Kann ja wohl nicht so schwierig sein hier. So, kommt er unten aus der Ecke. Vermeidlich. Oh, fuck, 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 fuck. Ha. Hast du hier so gedacht, Typ? Und du wohl eben so, hä? Von wegen. Nix da. Geht von der Sache weg. Äh, genau von der Sache. Von der Lieferung. Oder was auch immer das ist. Uh. Okay. 13 Sekunden noch. 12. 10. 9. 8. 7. 16. 4. 1. Ja, 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 schon gut. Na, ach, es war so klar. Ich bin schon dran. Hehe. Na. Oh, der Typ hat eine Schruppflüte. Das könnte wehtun. Ha, Glück gehabt. Tja, da ist er wohl nicht zum Zug gekommen, hä? Danke für die Hilfe, Agent. Sehr schön. Haben wir noch ein paar Techniker gesammelt? Ah, wie weit ist denn das andere Ding weg? Den Nebeneinsatz, den können wir noch machen. Das ist meistens irgendwie eine Geise befreien. Und wir müssen hier die Straße runterlaufen. Sehr schön. Das machen wir noch. Danach ist aber Feierabend. Dann geht's in die Heierkiste hier. Ich kenne... ...kannte einen Pfleger. Er hatte den Ruf, immer harten Stoff zu finden. Und mit finden meine ich... Ach, mir ist doch egal. Normalerweise möchte ich ihn nicht wieder treffen, aber er scheint eine gute Quelle zu sein und wir brauchen dringend Medikamente. Finden Sie ihn. Fangen Sie in seiner Wohnung an. Okay. Okay, wir müssen also nur einen Typen finden. Oh Gott, Teil 1. Wenn ich das oben schon lese. Hm. Na, dann hoffen wir mal, dass die Teile nicht allzu lang sind. Na, dann sprintest du wohl weiter. Ah, komm. Lass bitte nochmal ein Stückchen weiter geradeaus gehen, nicht hier in die Gasse rein. Können wir vielleicht gerade auch noch... Na, nee. Nee, nee, nee. Nicht ablenken lassen hier, nicht ablenken lassen. Allzweiter. Schau, muss weitergehen. Auch wieder 10. Das ist aber schön, was die Katze da angeschleppt hat. Was auch immer es sein soll. Boing. Ich helfe, ja. Ihr Pappnasen. Und ihr wüsstet, was ich alles für euch tue, gell? Dann würdet ihr aufhören, so wenig zu meckern, äh, so viel zu meckern. Schwere Kämpfer, 38 für West und siebente. Agenten vor Ort brauchen sofortige Hilfe. So, sehr schön. Kann man gerade im richtigen Moment hier an. So, hier mal was mit der Diedertin hier. Nehmen wir mal und es ist neu. Oh, oh, von genau hier. Wo seid ihr? Ja, von genau geradeaus. So, einfach mal in die Menge reinholzen. Das hilft meistens. Wenn es dann auch auf einem Fleck steht. So, sehr schön. Diesmal aus der Richtung. Haha. Bei der Bühne. Na, kommt direkt. Gut, wie läuft hier nämlich wieder volles Wind rum. Headshot. Geht da weg. So, sehr schön. Einschuss in die Sache. Badaboo. Hihihi. Ich finde das klasse, wenn die so explodieren. Danke. Wir sind unterbesetzt. Und können es uns nicht leisten, Leute zu verlieren. So. Dann schauen wir, was wir sonst noch so zu tun haben. Hm, hm, hm. Ja, wir sind schon mit 20 Minuten. Na doch, kommen hier die, äh... Hey, ich habe ich doch gerade gemacht. Oder muss ich noch mit irgendjemandem reden oder sowas. Das medizinische Personal hat nicht viele Mittel. Uns fehlen unglaublich viele einfache Dinge, wie zum Beispiel Schmerzmittel. Ach, das war doch ganz die Mission. Ich habe hier einen Plan B. Ich kenne... ...kannte einen Pfleger. Er hatte den Ruf, immer harten Stoff zu finden. Und mit finden meine ich... Nee, nee, das war noch nicht die Mission mehr. Ach, ist doch egal. Normalerweise möchte ich ihn nicht wieder treffen, aber er scheint eine gute Quelle zu sein. Und wir brauchen dringend Medikamente. Finden Sie ihn. Fangen Sie in seiner Wohnung an. Ah, ja. Hier kommen wir in die Wohnung rein. So. Da haben wir die Wohnung. Hier haben wir die Wohnung. Ein paar Sachen zum Looten. Das nehmen wir mit. Wollen wir die Schränke leer räumen hier? Wenn es nur ein paar... Ich finde, wie die Klammworten sehen. So. Hey, ich habe versucht den Bereich doch. Wenn du... Gibt es hier hinten noch? Nee. Hier, da muss ich von 1, 2 darauf. So wie das aussieht. Einfach mal der Loop befolgen. Aha. Hier scheinen wir ja gar nicht so verkehrt zu sein. So. Blindern, was es nur so zu blindern gibt. Nee, dem komischen Schals und so. So blödsinn. Ah, ja. Untersuche. Eigentlich transportieren Sie uns nicht. Komm schon mal. Wir haben Wasser, helfen und Batterien. Ja, wir haben. Das war schön. Okay, gut. Okay. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Vermisste Person. A2. Ja, wenn wir machen, wir auch hier gerade alles. Kann ich nicht mal allzu lange dauern. Vermeitlich. Oh, es ist ja ein Ausgang. Nein, ist es noch nicht zumindest. Nein. Aber... Wir nähern uns hier im Ausgang zumindest. Zack, schon sind wir wieder raus. Sehr schön. Ja, natürlich. Da vorne warten wahrscheinlich noch. Ah, nee. Das sind hier die Plünderer. So. Stirb. Sehr nice. Sehr nice. So, was haben wir hier noch für untersuchen? Ah, ja. Gucken, was hier so passiert ist. Das war schon Teil 2 der Mission. Wollen wir uns jetzt mal... Ah, da geht's doch. In that U-Bahn-System. Oder Kanal? Nee, U-Bahn. Muss auch noch irgendwas zu finden geben hier. Pern Station North. Oder Penn? Habe ich jetzt nicht richtig gelesen. Ähm. Aber... Ah, ja. Den Bereich durchsuchen. Okli dokli. Ich gehe mal davon aus, hier wird es auch noch irgendwo wieder ein Echo geben. Nochmal herüber. Aha. Wo haben wir das? Ist ja irgendwo... 9 Meter... 10 Meter. 11 Meter? 6 Meter. 5 Meter. 3 Meter. 4. Aha. 3, 2, 1. Ok. Hier müsste eigentlich irgendwo das Echo sein. Zumindest laut der Anzeige da oben. Ähm. Ist es... Ah, da haben wir doch was liegen. Ist es das? Ah, da wird es noch... Ich habe jemanden vom Pressebüro erreicht. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie wüssten es nicht. Aber die Heimspiele sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die Flughäfen sich. Also kann niemand weg. Der ganze Liga-Betrieb rot. Die können nicht einfach... Nicht spielen. Mal sie hier mit der Verräte ablaufen. Die Welt ist verrückt geworden. Und guck hin, was wäre hier so viel denn? Ah, da liegt was. Ja gut, in der Nähe des nächsten Ausgangs. Hätte man drauf kommen können, gebe ich zu. Aber jetzt haben wir uns wenigstens mal die U-Bahn-Station angefangen. Ist doch auch immer wieder was Schönes. Ich bin kein Arzt. Ich bin verdammter Pfleger. Habt ihr ihn? Wir sind schon an der Klinik. Aha. Dann wird auf jeden Fall weggeschleppt, so wie es aussieht. Aber... Ich habe das Gefühl, ich bin ja noch nicht fertig mit dem Versuchen. Ne, hier nicht. Er kann auch untersuchen. Okay, ich mache einfach nochmal. Vielleicht... Ne, nochmal kann ich nichts untersuchen. Kann ich dich jetzt untersuchen? Nö. Ich bin ja, ich habe ihn. Wir haben ihn. Teil 4. Okay, bring ihn rüber. Komm schon. Wenig Sachen. Und dann auf zum 4. Teil. Da, 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 da. Da, 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 da auch 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 so okay andere waffe so ich glaube die bricht wir haben etwas mehr so du kommst jetzt ein spaceball flieger garantiert Du hast keine Granate und bleibt vom Berg direkt. Wow! Noch was von hinten oder was? Joa! Ich wollte jetzt hier aber! Wow! Doch man hat das geschafft, ich kann auch nicht mehr. So, dich haben wir. Und dich noch? Auf! Und Entdeckung und Heilen! er war doch mal ja nur den haben wir gar nicht gesehen nach merde okay der lehrt erst mal wieder eine runde rückwärts auch nicht schlecht kommen ja mal machen so lange wollte ich eigentlich gar nicht unterwegs sein leute was willst du mich jetzt verarschen ja am arsch glaubt man nur wenn man es sieht ok dann wieder aus der basis raus und mal hoffen dass das nicht allzu weit weg ist hier 200 meter ja ja bin ich mal gespannt in allein jetzt schon wieder drei kilometer gelaufen und die straße und er hat sind mehr als 200 meter aber definitiv die gosh macht es gleich nervös so gehen wir jetzt direkt mit dem scharf schützen gewehr dran ich habe allerdings um ehrlich zu sein also ja diese kontaminierten zonen weiß man was das ist und alles aber so wirklich beeinträchtigt finde ich haben die uns bisher noch nicht außer dass gesagt wird hier kontaminierte zone vorsicht ein neues bestätige so gerne die uns besser macht ist ja schon mal gar nicht so verkehrt ein paar coole sachen lohnt es sich so kommen wir seid ihr eine einfache risiko gewinne seitdem ihr säcke da besteht man aber das ist ein guter oder ja schnauze da sitzen welche und ab da drüben ist aber auch noch irgendwo was ich habe richtig bock ein paar schäde zu packt noch ein arschloch das wild rumba doch noch ein scheiß baseball schläger hau ab hau ab darf mich in ruhe hier scheiß drecksäcke am arsch die waldfee so du bist dort so du wirst keine grammaten mehr dass du sicher wieder arm in der kirche und da haben wir den letzten da haben wir noch ein ja jetzt haben wir den letzten verstehe granaten im rucksack immer wieder witzig aber das war anscheinend noch nicht so ganz unser ziel nicht so richtig zumindest war außerhalb unseres gedingsbumsen hier hier drin was ist auf jeden fall anscheinend den bereich hier wieder untersuchen oder den typen selbst direkt finden hier haben wir nichts also für werkzeugteile zum einsammeln hier gibt mich mit mir eigentlich nichts an wir sind ja fertig so kommen wir ja da ist in ordnung mal hilfe brauchen werden sie sich umsehen ich wollte ja was geben wenn du ab haus okay was sagt denn hier unser agenten finder agentenspur entdeckt ok doch der schickt mich auf jeden fall in die falsche richtung ja da hinten ist die lupe da war ich doch gerade weil da gibt es irgendwo da gibt es noch hinter da gibt es noch ein hinterräumchen naja sieh mal einer an versteckt hat er sich hier die jungs sind wegen dem hier voll durchgedreht ich wusste keiner würde jemanden schicken um mich auszuhören ich wollte nur wissen dass mich überlebt dann haben wir jetzt alles erledigt dann können wir jetzt ganz ruhig feiern machen machen wir es kurz ich sage einmal wieder vielen dank fürs zuschauen schön dass ihr dabei wart ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder verpasst auch nicht das nächste video von horizon kommt immer im wechsel mit division das heißt also heute gewissen morgen der horizon äh horizon ja genau morgen horizon und immer wie gesagt im wechsel dementsprechend hoffentlich bis morgen und macht euch noch einen schönen tag tschüss